Gehen wir von der Theorie zur Praxis und berechnen gleich mal ein Konfidenzintervall. Das Beispiel war schon einmal bei der Matura. Das ist in Österreich normalerweise das letzte von den 24 Beispielen im ersten Teil. Ja, also schauen wir mal, wie das Beispiel geht. Da steht, bei einer repräsentativen Umfrage in Österreich geht es um die in Diskussion stehende Abschaffung der 500-Euro-Scheine. Übrigens, die 500-Euro-Scheine werden mittlerweile schon gar nicht mehr gedruckt. Es sprechen sich 234 von 1000 Befragten für eine Abschaffung aus. Da haben wir schon einmal ein paar Daten. Also, 1000 Befragte, das ist die Anzahl in unserer Stichprobe. Also, das ist gleich mal unser N. Das N ist 1000. Hier habe ich dann nochmal die Formel hingeschrieben. Ja, und dann brauchen wir noch die Häufigkeit. Die Häufigkeit in unserer Stichprobe, naja, 234 von 1000. Na ja, 234 von 1000. 234 von 1000. Das sind 0,234. Jetzt haben wir schon fast alles, was wir da oben in die Formel einsetzen müssen. Es fehlt nur einmal das Z. Also, schauen wir weiter zur Angabe. Da steht, geben Sie ein und jetzt ist das letzte, die letzte Information, die wir noch brauchen. Ein symmetrisches 95% Konfidenzintervall für den relativen Anteil und so weiter. Das heißt, unser Sicherheitsniveau ist 95% und zu 95% gehört ein ganz bestimmtes Z, nämlich das Z von 1,96. Das hast du auch im Formelheft stehen. Für ganz wichtige Sicherheitsniveaus, zum Beispiel für 95%, ich glaube 99% und 90%. Diese drei Werte kann man auch aus dem Formelheft ablesen. So, und alles, was wir jetzt machen müssen, ist, diese Werte oben in die Formel einsetzen. Ich mache das gleich direkt hier oben. Also, statt Z kommt 1,96 hin. Statt H kommt, was war das, 0,234 hin. 1 minus H ist dann das Gegenteil. Also, was jetzt noch auf 100% fehlt, das müsste sein 0,76, wenn ich mich jetzt nicht ganz verrechnet habe. Und unser N ist 1000. Und das gibst du jetzt in den Taschenrechner ein. Und der Taschenrechner sagt, das ist 0,026 oder wenn ich es im Prozent angebe, sind das 2,6%. So. Und was weiß ich jetzt? Meine Schwankungsbreite ist 2,6%. Das bedeutet, in meiner eigenen Stichprobe habe ich 23,4% gehabt. Das war ja die relative Häufigkeit in dieser Stichprobe. Und diese 23,4% haben jetzt eine Schwankungsbreite von 2,6%. Ja, das bedeutet, der tatsächliche Anteil liegt irgendwo zwischen 23,4 minus 2,6%. Also, das sind, ich hoffe, ich verrechne mich jetzt nicht, ich glaube 20,8%. Und zwischen 23,4 plus 2,6%, das müssten dann sein 26%. Also, zwischen diesen 20,8 und 26% wird sich der Anteil der Leute bewegen, die für eine Abschaffung der 500-Euro-Note sind.